So, hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Testaufnahme, Super Hexagon. Hoffentlich klappt es diesmal. Oh, so, ein super Timing-Emo von mir. Ah, unglaublich. Ähm, genau, so. Super Hexagon, ich versuche jetzt einfach mal ein paar zu spielen, einfach mal so random. Und die Folge ist ja so schön klar, wie sie heißt, weil es ist einfach so abgemacht. Und dann geht es los. Okay, okay. Okay, okay. Das ist nicht easy. Das ist nicht easy. Oh, ich habe das Slipe. Jaaaay! Nein! Pentagon! PENTAGON! Ah, da geht's auf! Okay, wir haben schon mal eine Minute geschafft, das ist doch schon mal super! Oh Gott! Oh nein! Da war's genau in die falsche Seite aufgegangen. Ah, doof! Okay, pfuh! Wir haben auf jeden Fall schon mal die Minute geschafft, das ist doch... Gut. Jetzt fassen wir es einfach noch mal, und danach die anderen Level. Ich habe aber nur die ersten zwei Level mit 65 Sekunden, der Rest ist schon mal einfach nicht. Ich glaube nicht. Ah, jetzt verzicht das immer noch die Musik. Triangle! Oh, ich muss mich öffnen, ich muss mich öffnen! Oh, ich muss mich öffnen! Ah, pfuh! Okay. Okay! Pentagon! Ah, da muss ich jetzt mal so sein. NOOOOOOIN! Okay. Nein, ich wollte nicht nochmal, nein! Ja, ich weiß! Wow, eine Sekunde nur. Wow, ich bin so schief! Okay! Okay, das ist der Wollte. Okay! Ah, ich hasse die Spiegel! Nein, die Brüste kann nicht einfach so schlecht. Das ist einfach nur... Nein, nicht mehr wieder! Ich kann's nicht! Ich kann's nicht! Oh, ich kann's nicht! Oh, ich kann's nicht! Wee, wee, wee... Woah, woah! Nein, falsche Richtung! FUH! FUH! Einfach nur FUH! 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 Wahrscheinlich ist die Lautstärke von dem Spiel eh viel zu laut. Man hört mich fast nicht! Okay, ich hab's schon mal ein bisschen besser gesteckt. Aber die Musik ist cool! FUH! Oh, Gott, das wird sich! Oh mein Gott! Man ist übrigens, wenn man so ein Spezial hat, das ist keine 3-Gene-Videoprät. Nein! Oh, das ist doch immer so... Das ist immer eine... Die dritte! Ah! Woha! Woha! Das ist doch so viel... Pantabon hat er weg! Oh nein, er hat zu weit gedrückt! Okay, fertig mit dem Level. So, und jetzt kommen die Fail-Level... ... wo ich noch nicht so umgekehrt habe. Vor allem das hier, das ist das Schlimmste im Moment. Oh nein! Ah! Whoa... wow. Whoa... wow. Whoa... wow. Ahh-HAN-HAN-HAN-HAN-HAN-HAN-HAN-HAN-HAN-HAN-HAN-HAN-HAN-HAN-HAN-HAN-HAN-HAN-HAN-HAN-HAN-HAN-HAN-HAN-HAN-HAN-HAN-HAN-HAN-HAN-HAN-HAN-HAN. Bei allem ist Lightbook irgendwie voll easy, aber bei denen kommt es noch irgendwie voll meine Schlechtungen rein. Oh, aus dem Sam X- es ist der Teil nicht so schnell. K- ... aber das ist neulich sehr. G- ... aber das gar nicht so wenig zu viel. Oh... naja. Oh. O. Oh, nein. Ei, ich hab's gesehen. Oh oh! Ist er erschockt? Pressure. Ah, da ist Mechsler amo! Oder ähm... Uh, uh, du, 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 du... Nein! Nein! Ich habe es, ich habe es, ich habe das... Okay, noch mal. Was ist es, was war das? Das war jetzt nicht so, das war alles so. Und, das war es ja... Oh, gosh. Oh, God. Oh, God. AAH. AAH. Bis jetzt hat die so vieles geht, dann kann ich jetzt nicht mehr... So, gut, dreht sich, dreht sich... Naaah... 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 Hmmmm... Woaah no! Okay, das war über 50. Das ist zum Beispiel wieder etwas easier für dich! Das war also auch schwieriger, aber ich bin jetzt irgendwie nicht so kacke wie das da eben war, das denn... Oh Gott! Ich hab's mal irgendwie... Ich hab's mir gedacht, dass ich's geschafft hätte... Oh, und da dreht mich immer zu lange... Immer den Gängernweg... Das stört mich immer sehr... Alles, was jetzt wird tausendmal... Tausendmal! Das ist ein paar contractorien... Timm mal 5... ...zert ihr es aufgelaufen? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! I made it! ... ... ... ... Nein! Ich hab's nicht geschlossen! Oh Gott! Ich könnte das mal dran sein, wenn ich die 60 Minuten könnte... ... Okay, wir versuchen das nicht mehr... ... mit ein bisschen mehr Geräten, wir kastrieren, oh, oh... Oh, was ist das? Okay, auf mich anzuschreiben! Ich nehm grad auf, ja! Okay, halt auf mich anzuschreiben! Ich nehm grad auf, ja! Hm... Was ist er denn da? Nein, oh, ja! Nein, oh, ja, schweisch, ich hab schon gesehen! Oh, ja, oh, ja, was ist er... Ich dachte, ich hab' mich nicht mehr losgelegt. Nein, oh, schweisch! Okay, zweimal. Zweimal, zweimal. Was ist das für 15 Sekunden? Sooo... Oh, ich hasse drei... Ah, 20 Sekunden, nicht 15 Sekunden. Ich hasse das Fiek. Ich weiß nicht, wie wir gleich gleich verbinden mit dem Debby noch. So, dass wir im ersten Debby noch nicht schließen müssen. Nein, ich hasse dich. I made it! I made it! Nein, Gah! So, ich hab' nicht durch. Oh, ich war relativ knapp. Relativ knapp. Okay, und jetzt das... Das letzte hab' ich leider noch nicht freigeschalten. Okay, und los geht's. Oh mein Gott. 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 Oh, ich hab' nicht so schlecht. Ich muss nicht nur durchhalten. I got' ich weitergelebt. Whoa! 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 Oh nice! Mhm! Ich hab' auch ein bisschen was��. Nein! Ich hab' nicht mit dem Tiefываем. Oh, ich hab' nicht mit dem Tiefel. Woe! Oh nein. Waaeh... Oh lord, das ist ein Dichter von jetzt aufgelenkt... Wof, 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 was ich nicht gedacht habe. Okay... Woa, nein, das ist das Husten... Nein, das ist das Husten... Nein, nein, ich habe das Husten... Ich muss das Husten... So... da... 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 einmal Tor, einmal Tor, einmal Tor, also mal Tor... NEIN! So ein Quark... so ein Dünge-Mittel... OHHH Dreh sich Dreh sich OH NINE! Ich hätte nicht weitergehen. Genau, dreimal! Ah, zweimal! Nein! Oh, oh, oh nein! Ich hab's nicht mehr gesehen! Oh, wo ist, wo ist, wo ist... Oh Gott! Oh Gott! Ich hab's nicht mehr gesehen! Nein! Okay, ich hab's nicht mehr gesehen! 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 Oh mein Gott, willkommen zu Hause! Nein! Nein! Craig! Ich hab's nicht mehr gesehen! Nein! Ich hab's nicht mehr gesehen! Ich hab's nicht mehr gesehen! Ich hab's nicht mehr gesehen, oder? Ciao.